Unsere Mädel hier in Ruhe lassen, ne? Die schwirren die ganze Zeit um mich herum, aber die greifen mich nicht an, die machen gar nichts mit mir. Das ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Warum kommen sie nicht einfach alle auf einmal, alle in eine Reihe, zack, 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 weg? Boah, das ist aber echt ne nervige Stelle. Nein! Ja! Ja, nein. Noch einer weniger, noch einer weniger, und noch einer weniger. Noch einer weniger. Das ist echt gut, hier die Stelle, muss ich wirklich sagen. Steig in die Höhe. Wie sieht's denn ausgleich hier? Ich will gleich mal einen Zwischenblick wagen, aber das lohnt sich ja nicht, weil ja eh immer neue kommen. Ah, das ist doch klar, ich hätte die alle so schön mit einem Schlag wegballagen können. Okay, mal warten bis sie fliegen, und dann werden sie runterkommen. Einmal schlagen, zack. Und... Ja. Treffen wir ja natürlich auch ne gute Idee, wie so. Ziemlich gute Idee sogar. Du kommst, kommst mir nicht. Ich hole noch einen Pass. Tschüss. So. Bist du die Letzte, oder wat? Tadaa! Und? Hier, da fehlen nur welche. Hier wird wahnsinnig. Wo seid ihr denn? Und? 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 Hm, kann ich da jetzt noch nix mit dir machen. Super. Oh, ein Aufzug. Cool. Was hab ich mit den Typen, die uns hier hingebracht haben. Bei denen sind wir jetzt auch noch gar nicht begegnet. Und? 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 Da... Und? 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 Okay. Tja, ne, was mach ich denn jetzt hier? Kann ich die verschieben, die Dinger? Sie sind sicherlich, wie man die Dinger? Okay, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man die Dinger ist. Ich habe die Dinger und ich habe ein Dinger. Ich bin sicher, dass ich ein Dinger oder ich sie nicht mehr sagen kann. Ich habe ihn nicht mehr sagen, dass ich, für mich war es nicht mehr. Das war's für heute. Nichts. Mikagi. Naako. Hii Yokushi. Oh, ich hab mein Horn verloren. Okay. Entgehe ich nach Feith hier oder was ist das jetzt? Ui. Oh. Ich hab mir muss irgendwas hier mitmachen. Auf jeden Fall beschützen die Sachen mich. Nein. Okay, ich glaub ich hab schon gerafft, wie das funktioniert. Ich tippe mal, das muss ich ein paar Mal machen. Naja. Vielleicht, weil das sah so aus, als hätte ich dem Schild Schaden gemacht irgendwie. Wo ist denn jetzt hier, den Schwert? Ach du Scheiße. Weiter weg ging's nicht. Ui. Alter, war das knapp. Ich weiß nicht, was das für Auswirkungen hat, wenn mich, äh, hier diese komische Strahl trifft. Deswegen versuch ich mich lieber davor zu schützen. Und vielleicht trifft der mich nur, wenn ich das Schwert nicht in der Hand habe. Und der mir vielleicht auch, es sieht zumindest so aus, auch einen Schutz, äh, verleiht. Verleihtoskop. Okay. Aber jetzt mal ganz nach vorne. Stirbschlampe! Pau! Hurtig. Hüüü. Ich werde in die Richtung gedüst. Ach, da vorne. Da oben ist er sogar. Mega. Ja, es wirkt so, als wenn es das immer einen kürzeren Abstand machen würde. Ja. Pau! Lauf! So. In der Wand. Cool. Hat was. Ich kann's nicht seitlich schieben. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ja, wird doch halb so wild sein. Aber sonst zieh's bitte raus. Bitte zieh ihn vorher raus. Ja! Komm! Ha! Dein Schild ist weg! Oh, fuck! Meins auch! Äh, 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 äh. Wo ist das jetzt hin? Das war klar. Natürlich! Warum, warum soll's doch bei mir in der Nähe liegen? Wer wäre sonst doof? Oh mein Gott! Gut, okay. Ich denke, vielleicht der nächste Schlag könnte der letzte sein. So, okay. Okay. Ist schon eine gewisse Strecke. Wobei der nächste nicht passiert. Nimm dir das scheiß Schwert in die Hand! Boah! Alter Pfanne! Ja, also die ist auf jeden Fall jetzt schneller unterwegs als vorher. Oh, komm schon, Baby. Okay. Verdammt, Motherfucker! Frau, komm schon! Oh, komm schon! Du bist so, komm schon! Du bist so, komm schon! Das war's für heute. 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 Okay, ich bin... Nee, aber... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. ... Ich bin... Oder... Aber... Ich bin... Ich... 34%... Okay... Es gibt... Ich über... Okay, also... Man sieht... Ich... 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 Ich...